Das ist wohl Geschwisterliebe. Annette Frier und ihre kleine Schwester Carolin besuchen gemeinsam die Blue Hour Party anlässlich der Berlinale. Auf dem blauen Teppich wirken die beiden wie ein Herz und eine Seele. Aber Moment mal, irgendwie stellt Carolin ihre 9 Jahre ältere Schwester ganz schön in den Schatten. Grund dafür? Das Styling. Während Annette eher natürlich auftritt, zeigt sich ihre jüngere Schwester im Glamour-Look. Man sieht ja heute Goldmarie und Pechmarie. Ich habe mich selber schick gemacht, da sieht man den Unterschied. Und die Carolin hat das professionell gemacht. Ich hatte mehr Zeit. Wir hätten uns gerne zusammenfassen. Das fühlt sich auch für mich gut an. Sieht man gar nicht, oder? Aber das Gute ist, wir sind Schwestern, deswegen können wir das automatisch, weil wir auf dunkel stehen. Ein bisschen von dem Glanz fällt auf mich ab. Ich habe oft Glück. Ob Glanz oder kein Glanz, toll sehen die Frierschwestern auf jeden Fall beide aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020